Auf jeder Kursstartseite befindet sich ein Button Generate QR-Code. Per Mausklick kann sich so jeder Kursteilnehmer seinen individuellen QR-Code auf sein Smartphone herunterladen. Über diesen Code, der automatisch über die VLC-Lernplattform generiert wird, kann Kontakt zum Roboter aufgenommen werden. Im persönlichen Dialog kann der Roboter dann kursbezogene und auch andere Probleme lösen.